Oh mein Gott! Das war dieser Z-Max. Äh, Mann Z-Max! Wenn du noch einmal in mein Game kommst, hast du mich verstanden, dann deinstalliere ich dieses Spiel. Das ist der Z-Max, Digger! Wie sagt er? Ich werde heute für 24 Stunden Stream snappen. Kein Streamer, der gerade Fortnite-Live streamt, ist vor mir sicher. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, Abo und Like nicht vergessen. Creator Code Aura, wenn ihr die Chance haben wollt mit mir zu zocken, denn ich sehe jeden Epic Games Namen. Und dann adde ich euch. Danke für den ganzen Support und jetzt viel Spaß mit einem der krassesten Videos. Ah! Mann, wer hat mir die Geh geklaut? Ich hasse das. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Heute werde ich einfach meine Freundin Stream snipen. Sie nimmt gleich ihr allererstes Solo-Fortnite-Video für ihren Kanal auf. Aber glaubt mir, das wird nichts. Ich hoffe, sie rastet extrem aus. Das wird, glaub ich, richtig lustig. Hi Leute, freut mich sehr, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute werde ich mein allererstes Fortnite-Let's-Play aufnehmen. Und sie leistet mir Gesellschaft, er ist neben mir. Und er wird auch ein bisschen zocken, ne? Damit ich nicht ganz so alleine aufnehmen muss. Deswegen sag mal hallo, babe. Was geht's? Sie wollte zum allerersten Mal Solo spielen. Aber meinte so, okay, chill neben mir und spiele auch ein bisschen. Deswegen spiele ich auch ein bisschen Solo. Auf jeden Fall, babe, ich glaub, das wär extrem lustig. Stell dir mal vor, wir würden so in dieselbe Runde kommen und dann irgendwie, du würdest mich killen oder ich würde dich killen. Das wär doch extrem lustig, oder nicht? Ja, aber Service sind, weiß ich nicht. Bisschen blöd, oder? Weil da würden wir uns gegenseitig die Runde kaputt machen, oder nicht? Das sind spezielle Spots, wo man sagt, okay, da bekommt man immer Save. Oh, da ist jemand! Ich hau lieber ab. Oh, da ist ein Frosch, wie süß. Okay, da ist noch. Schnell, 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 schnell. Schnell. Okay, ich muss... Mal, ich hab halt auch keine richtigen Waffen. Das nervt. Nein! 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 Mann, ich brauche einen Hammer, ich brauche einen Hammer. Schnell leben, schnell leben, schnell leben. Da ist ein Schitter. Ah! Von wo? Äh, Waffe, bitte. Nein! Nein! Mann! Der ist gar nicht so gut. Vielleicht hole ich den. Okay, jetzt... Oh nein, ich bin crack'd. Nachlafen. Wo ist der? Wo ist der? Mann! Mann! Ah, wieso ein bisschen... Muss ich... Mann! Halt auf jeden Fall. Ich brauche den... Scheiße, ich brauche den... Ja, komm. Jetzt sterbe ich noch an... So. Ja, komm. Komm. Ja, genau. Genau das ist es. Das ist es einfach. Ja. Willst du mich verarschen? Hä, was denn? Was meinst du? Wieso verarscht? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Und was sehe ich eliminiert von Sievex? Willst du mich verarschen? Hä? Babe! Du bist gerade einfach in dieselbe Runde gekommen, oder was? Babe! Du weißt doch, es ist mein erstes Fortnite-Video geworden. Hä, wir sind einfach in dieselbe Runde gekommen, oder was? Warum kennst du mich? Hä, nein, das war gerade ein Zufall. Als ob wir in derselben Runde sind. Du bist doch auch... Bist du bei diesem Citadell gelandet? Ich lande da immer wegen Hammer. Ich lande da immer wegen Hammer, wenn ich spiele. Ich wollte sogar vorhin schon sagen, so, Babe, schau mal, da ist es einfach selber, äh, Skin, die du hast. Aber ich war dann zu konzentriert. Hä, krass, als ob wir einfach aus Zufall in dieselbe Runde sind. Ja, lach nicht so, das ist wahrscheinlich deine Absicht. Nein, das ist extrem krass. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir in dieselbe Runde kommen. Oha, Leute. Babe, ist ja alles schön und gut. So, aber ich will halt heute auch einfach mein allererstes Fortnite-Video hoch. Laden und wenn du mich so Stream snipest, ja, hö, war jetzt witzig. Ich finde, es war nicht mal lustig, so. Aber, so, weißt du, ich will einfach aufnehmen, weil, okay. Ja, ich meine wirklich ernst, also es war einfach nur ein blöder Zufall. Ich kann ja nichts dafür, wenn du sagst, so, ja, spiel ein bisschen, äh, neben mir auch Fortnite. Und wenn wir dann beide Solo spielen und beide ungefähr gleichzeitig am Morgen bereitdrücken, kann es halt immer sein, dass man in dieselbe Runde kommt. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, ich habe dich nicht absichtlich auch gekillt. Wir sind einfach so nebeneinander gelandet und da kann man halt dann leider nichts machen, weißt du? Ja, aber ich muss jetzt aufnehmen weiter, okay? Okay. Also, Leute, neue Runde, neues Glück. Ich lande jetzt ganz, ganz außen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar heute, einen epischen Siegzonen. Das habe ich noch nie geschafft, oder, Belle? Du bist immer Zweiter geworden, leider. Ja, ich bin immer irgendwie Zweiter geworden, leider. Richtig Frust. Vielleicht werde ich heute Erste. Das wäre natürlich extrem cool. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir das schaffen. So in meinem allerersten Fortnite-Video. Okay, Glück gehabt, dass die Person totgekommen ist. Was war das? Was war das? Dicker, von wo kam das? Ich habe halt nicht mal gute Waffe. Oh, mein Sohn war der Ecke! Oh, Mann. Schnell weg. Und jetzt kann ich nicht sprinten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Leute, weißt ihr, was ich auch ändern muss? Ich muss mal lernen zu kämpfen, wie ein Mann. Und nicht immer wegzulaufen. Okay, hier ist Haus. Schnell, 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 schnell. Okay, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Mann, die Person verfolgt mich! Warum brennt es denn? Was ist das? Ich weiß nicht mal, was ist das für eine Waffe, dass man was zum Brennen bringt? Nein, da müssen Schüsse, da müssen Schüsse, da müssen Schüsse! Ah, schnell weg. Ah, das sind unheimliche Geräusche. Ah! Ah, der will mich töten! Irgend so ein Scheißplot, Mann. Was ist das denn? Es kommt auch nur in die Zone. Mann, ich sterbe wahrscheinlich schon wieder in der f***igen Zone. Es kann nicht sein, Mann. Bitte, 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 schieß doch nicht auf mich. Bitte, Mann. Ich muss einfach nur abhauen. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Ich höre, ich höre, ich höre. Oh, 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 oh. Bitte, lass mich hier ruhen. Bitte, 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 lass mich hier ruhen. Okay, Leute, ich habe so Glück, dass ich ein Spray habe. Weil, ey, ohne Spray wäre echt, ui. Warum bin ich halt auch immer so lost? Erstens, ich habe drei Perks, die ich nicht einsetze. Warum? Einfach warum? zweitens warum schaue ich nicht früher wo die zone ist man lasst mich doch einfach in ruhe was ist das denn es kann nicht sein warum das ist so ein gutes perk mit dem south pack oh mein herz hör mir doch bitte kann die mich nicht einfach in ruhe lassen ich habe kein leben mehr die erschrecken mich auch immer so ich hab dir gesagt hör damit auf mit was denn was für gekillt von siemens was sehe ich hier schon wieder was kann ich dafür dass ich in eine runde wiederkommen was ich wollte die ganze zeit diesen typen ich hoffe ihn ab schau 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 die ganze zeit was kann ich dafür dass ich gegen ihn feiten muss und er mich die ganze zeit verfolgt und nicht dann außer sehen bei dir lande wir drücken halt immer gleichzeitig bereit du siehst doch ich feite die ganze zeit und wenn du dann daneben bist ich weiß ja nicht dass du das bist ich mache das ja nicht absichtlich es tut mir allein du siehst doch mein skin der ist voll seltener schau mal seit wann bekommen wir dieselben lobbies woher soll ich sowas wissen ist voll oft so extrem ich hätte niemals gedacht dass so etwas überhaupt möglich ist du siehst doch mal pc aber ich bin halt gerade konzentriert ich bin doch auch konzentriert wie der mich die ganze zeit verfolgt was soll ich denn da machen wenn der mich die ganze zeit so verfolgt da ist auch irgendwie streamstab sich dich absichtlich spielt nein ich spiel ganz normal wie deine anderen videos wo du auch immer deine freundin freunde du bist aber meine freundin wieso sollte ich meine freundin stream stecken ich würde es lustig findest es ist ja an sich auch lustig aber ich würde es doch niemals machen wenn du dein allererstes fordner video so falls man wieder zusammen in der runde ist dann siehst du doch dass ich das bin dann gehe einfach weg oder verteidige dich ja ja weil pc hängt dann komm nicht aus fordner draus miese zeiten ich habe aber auch keine mats mehr man was soll ich denn da jetzt reicht was sagst du denkst du ich gewinne die runde nein mann ich werde vierter ich war einfach kam es tut mir wirklich leid dass ich dich gekült habe ja komm nicht lustig du tust als ob ich es absichtlich machen würde was denn schon wieder dein ernst was denn was hast du denn ich dachte du bist selber lobby aber ich glaube nicht wieso sollten wir selber lobby sein weißt du nicht weil du auch gerade zufällig gelandet bist ja und wir drücken doch immer gleichzeitig bereit oder nicht so wir drücken immer ungefähr so eine minute maximal versetzt bereit dann ist es doch klar dass man vielleicht mal in dieselbe runde kommt ich kann doch nichts dafür wie du tust so als ob ich irgendetwas dafür könnte dass du die letzten zwei male in meiner runde warst dann hättest du einfach warten müssen bis ich schon in der runde bin und dann erst rein drücken doch ein video auf ja und dann sagt doch nicht zu mir dass ich irgendwie solo mit dir spielen soll es mit mir sondern halt dass du neben mir halt ist damit ich nicht ganz so alleine aufnehmen muss ich hasse das ich hasse das ich hasse das was denn her war was hast du ja was ja ja was sind wir dann der selben runde bay und was kann ich dass du hundertprozentig hast du mir gerade den kill geklaut ja ich hab dir die kill ich hab dir die kill geklaut ok ok habe ich schon dir den kill geklaut oder wie kommst du denn drauf dass ich dir ausgerechnet den kill geklaut habe kannst du das erklären weil du mir immer die kills klaut weißt du wie oft ich das macht einfach nur um dich zu ärgern das bist du was redest du ich hab nichts gemacht ich hab gar nichts gemacht wie du holst mich aber wo bist du hey ich bin was redest du das bin ich nicht was für ich was ist es zu wo wir einfach was redest du du machst halt wieder eins deines süßes video was redest du das liebst du verstehe gar nicht was du willst tust du als ob ich das wäre ich glaube du verwechselst mich mit natürlich bist du dass ich seh es doch nein du verwechselst mich gerade warum warum gehst du mich ich mach doch nichts du hilfst mich das bin ich nicht was redest du eigentlich so schnell ich kann ich irgendwie nicht treffen hier was redest du eigentlich ich mach doch gar nichts jetzt was was redest du ja ich bin doch gar nicht in deiner runde so bist du schon ne stimmt du bist einfach hast genau dieselbe situation wie ich kann ich pass die ganze zeit auf die auf ich hiel dich und als dank dafür schießt du mich an der heuchler des jahres einfach heuchler des jahres dafür werde ich dich jetzt kill nein bist du nicht hast du angst sag ehrlich hast du angst selina 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 hier oben selina hier oben hinter dir selina hinter dir selina 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 wo bist du du nervst mich selina komm raus du nervst selina hinter dir du nervst ich kann dich sehen selina oh du kannst nicht schmecken wie splashys ja schau mal hinter dir schau mal hinter dir hallo 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 selina selina ja dann zeig dich doch ja ich bin hier selina 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 hinter dir haaa was willst du machen kill mich doch kill mich selina dachte du wolltest du willst du mich killen oh Mensch selina ist streng dich nochmal an und wie kommen wir jetzt in die zone ja ich glaube ich glaube ich glaube ich kann dir helfen in die zone nein Nein! Ha ha ha! Ha ha ha! Hat die Hilfe ge... Ich bin fast da und... Hä? Ich hab die noch... Hä? Hä? Warte doch! Splash doch mit mir zusammen! Nein! Ich hab dir geholfen in die Zolle zu gehen! Ich hab dir geholfen in die Zolle zu gehen! Wie? Lass mich in Ruhe! Selina! Du nervst! Lass mich, Selina! Selina! Um, what are you doing there, Stepbro? Pssst! Sei jetzt still! Selina! Mann, jetzt sei doch leise, bitte! Hör jetzt auf, ich bin gleich dauernd! Ja, dann hiel dich lieber! Ja, mach ich! Selina! Ich benehm dir! Pssst! Hallo! Sei still! Pssst! Mann, du wirst nicht... Du machst dein ganzes Videocut, du! Waaah! 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 Puh! 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 Buh! Ja, hol mich doch Selina! Selina, wollen sie mich kühlen? Du nervst mich so krass! Wie fühlt sich das eigentlich an, sich die ganze Runde hinzu? Ja, du find dich einfach unlustig mit deinem komischen Blöden... selina pass auf aus der luft selina hinter dir käme ich doch käme ich doch du eierloch selina nicht weglaufen mensch sie ich bin noch hinter dir was soll das ja nicht weil diese linie weil da bist du ja hallo hallo selina vor dir nein das machen wir nicht das gehört sich nicht das gehört sich nicht selina es reicht auf damit selina 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 wo bist du denn selina kannst du nicht verstecken jetzt lass mich doch einfach aufnehmen du hast es schon alle aufnahmen jedes schmarrn kaiserschmarrn magst du kaiserschmarrn ich sehe die da über den kopf ist ein roter punkt selina nicht weglaufen selina nicht selina kannst du mal auf nein selina schießt mich doch mal an jetzt mal ich bin da ich beschütze ich beschütze ich ich hab dich doch beschützt ich hab dich beschützt ich hab keinen bock mehr weißt du wegen dir habe ich jetzt einfach keine lachen brauchen zu spüren ja du nervst mich einfach hör aus du hörst nicht zu lachen ok nein babe komm wir spielen jetzt du nehmen zusammen ein video für dich auf ich schenke dir auch ein skin leute was geht heute gibt es ein og streams live video weil wir werden einfach den ads jungen eric von damals streams leipen was geht zwei seasons kein fordnet mehr gespielt ich bin mann geworden ich spiel Valorant damit Valorant ist für Männer eines der lustigsten wenn nicht sogar das lustigste streams live video von damals ich blende euch mal ein paar szenen ein das ist mittlerweile schon einfach zwei drei jahre her mittlerweile ist der mann einfach 18 jahre alt und er hat etwas länger schon nicht mehr fordnet gespielt und seht ihr ihn dort unten ist er direkt er hat seinen drop komplett mit visarabel gemacht ich werde auf jeden fall bei ihm in der nähe landen mich dann mit ihm anfreunden und dann werde ich ihn einfach holen ich bin übrigens kein adress jungen im chat ne jeder sagt mir du bist doch der adress jungen von demnächst einem video und so neulich scheiß digga ich äh nein ich hab keine adress mehr ich krieg mich doch noch auf wenn ich äh in fortnite verliere weil das game kriegt mich einfach auf das game ist schlecht das game ist Müll deswegen mag ich fortnite einfach nicht digga bei gott saga du du sammelst eine halbe stunde metz am ende du gibst sie irgendwie an dem anderen gegner ab du sammelst nur metz nur metz fortnite alter nur metz sammeln mehr nicht was ist für ein müll alter Leute dort hinten ist er komm einfach und fangen an zu tanzen nein digga er hat einfach digga er hat den stein der wolf hat mich gegrieft der wolf hat mich einfach gegrieft ja ehrenmann bisschen kränken komm bruder komm ja jungen eh komm bruder komm bisschen nudeln essen bisschen fufu mit reis komm wir gehen zusammen in so ne ja was dein ehrenbruder was 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 digga wieso fightet er mich ach du gucke 31er digga ja okay dann wirst du halt geholt wie spielt der wie spielt der wie spielt der was ist das was ist das was sehe ich hier schau jetzt was ist das was spiele ich hier tschüss ein bisschen und gemacht vermerkt auf jeden fall hat lange nicht mehr geschmiert was passiert hier jungs wisst ihr was wir machen ich habe ja eh das spray so lange bis einfacher so stirbt das wird mies lach gig Aber ich hab's zum Mund gemacht. Der macht mich zum Hund. Der macht mich zum Hund. Wo ist er? Ich schau jetzt und wir warten, bis es nur noch eine Sekunde ist und dann schieß ich. Fünf, vier, drei, zwei. Bist du traurig, Junge? Genau das meine ich. Man formt eine halbe Stunde, dass mich irgendeinen Spaß holt, Junge. Ey, Mann! Stellt euch mal vor, ihr spielt zwei Monate, kein Fortnite. Und dann auf einmal werdet ihr so krass gestreamt. Darauf erstmal ein Selfie. Seht uns auf jeden Fall direkt in der nächsten Runde. Ich schick, ich schick jetzt mal einfach, ob der... 91 übrig... 90... Das könnte an sich passen. Das aktualisiert sich ja nicht die ganze Zeit, oder? Hallo? Hallo, ist ein Simi? Ja, was geht, Cousin? Ey, hast du mich grad gestreamt gefühlt? Wie meinst du, was für gestreamt du dein Bruder? Ich spiele einmal nach zwei Season Fortnite, Bruder. Nach zwei Season, Bruder, ich bin Mann gewonnen, ja. Ich spiel' kein Fortnite mehr. Ich spiel' einmal nach zwei Season Fortnite, Bruder, und weggestreams nicht. Direkt von deinem AV-Easy-Mix. Boah, Bruder, muss auf jeden Fall... Nein, ich spiel' das? Lüge mich an. Nein, nein, muss auf jeden Fall irgendein Faker sein, so. Weil, Bruder, ich spiel' schon lange, lange, lange kein Fortnite mehr. Aber wieso, wieso kommst du da drauf, dass ich das bin? Weil du, in meiner Grunde, dass du in einem Game bist. Hä? Aber ich bin grad gar nicht in Fortnite drin. Ich spiel' grad Apex. Junge, du zockst doch kein Apex. Lüge mich nicht an, Junge. Hier steht 88 Spieler übrig bei dir. Und wie viel sind bei dir übrig? 84. Ja, schau. Also, auch wenn ich spielen würde, ich wär' nicht in deiner Runde. Oder du denkst dich nicht gerade in deiner Runde. Aber das aktualisiert der nicht immer. Bruder, lüg mich an. Bist du in meiner Lobby? Bruder, ich spiel' doch nicht mal gerade Fortnite. Naja, wie geht's dir, Simi? Gut und selbst? Ja, war auch ganz okay. So, diese Fortnite-Lobbys gehen mir jetzt schon wieder auf den Keks, Digga. Einmal im Leben spiel' ich wieder Fortnite, Junge. Zunächst werd' ich auseinandergenommen von irgendjemandem, der sich noch AV-Easy-Mix nennt. Haha, ich hab' nichts damit zu tun. Naja, da lachsch, da lachsch. Ist gut, ist gut. Ist gut, ja, da lachsch, Junge. Ich hab' ne geile Frise, kann ich mir gut denken, Junge. Naja, du kannst mir wirklich glauben, sowieso sollte ich so hobbylos irgendwie zu Hause sitzen und dich streamslippen. Das wird doch gar keinen Sinn machen. Machst's keinen Sinn? Guck dir die YouTube-Videos an, junger Mann. Dann weißt du, was Sinn ergibt. Boah, das waren Legendenzeiten. War schon primetime. Sehr ehrlich? Ja, primetime. Ja, aber außerdem so, gerade mein Internet, ich weiß nicht, ob man's an meiner Stimme hört, ist halt, miese Krise. Machst's kurz, da vorne ist jemand. Nein. Du kleidern! Miese Krise. Machst's kurz, da vorne ist jemand. Nein. Du kleidern! Was denn? Was, was denn? Du lachst jetzt so dumm. Nein, du lachst grad dumm. Du lachst grad dumm. Das ist so dumm. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Äh, wieso, wieso lach ich dumm? Hä? Was meinst du? Wie, was meinst du, Alter? Du StreamSnipe mich? Hör doch mal auf, Junge. Was ist mit dir falsch? Ich zock einmal alle fünf Monate Fortnite, Alter, und dann gehst du mir so auf den Keks, Junge. Was ist mit dir falsch? Aber welchen Keks isst du immer? Chocolate Cookie, oder? Aber geh mir mal nicht auf den... Junge, was ist los mit dir? Hä? Ich StreamSnipe dich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, nein. Ich StreamSnipe dich nicht. Ja, wer nimmt dich sonst ab, ihr Simix, Alter? Was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht, Junge. Sei doch mal nicht so ein 30er Junge, ehrlich. Hä, bruh, ich kann halt nichts dafür, dass du das Spiel nicht kannst, hä? Dass ich was? Dass ich was? Dass du das Spiel nicht kannst. Dass ich was? Bruh, wir sehen uns direkt in der nächsten Runde. Ich muss kurz auch verlassen. Ach, mach dich ab dir. Ich muss mich kurz selber kennen. Wir sehen uns direkt in der nächsten Runde, Bruder. Okay, Leute, wir sind wieder in seiner Runde. Letzte Runde, die wir ihn jetzt komplett auseinandernehmen werden. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich ihn StreamSnipe, das wird so lustig. Zweimal hintereinander hab ich der Hund schon gestreamsnipt, ne? Ehrlich, er ist so ein Kick. Er ist so ein Piech. Ein 30er. Warte, lass mich nochmal nachgucken, lass mich nochmal nachgucken, hier. Lass mich nochmal nachgucken. 90. Er ist so safe wieder in meiner Lobby, ne? Ich werde ihn jetzt anrufen, Digga. Ja, er schaut gerade wieder. Er schaut wieder. Ja, wir sind in seiner Runde. Amana hodum chojo, was los, ja? Du kleiner Hund, du. Bist wieder in meiner Lobby. Ja, wey. Bist wieder in meiner Lobby. Ich sag dir nicht, wo ich truppen werde. Ich sag dir, ja, 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 ist okay. Vertrau dich doch, wo landest du? Nein, sag ich nicht, sag ich nicht. Ich siehst du reden, dein Stream. Du denkst auch, du machst echt Zeit, äh, hier, sag schon. Ja, ja, ich hab jetzt neun Minuten Delay drinnen. Ja, hast du schon, kann man schon, während man Stream Delay machen, oder? Ja, kann man, ich hab gemacht jetzt. Ja, 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 ja. Ich cool, ich cool, dreh dich mal um. Ich cool, ich cool. Ich cool, ich cool, ich cool. Ey, waaaaaah! Ey, ich will's wegriften. Ich will's wegriften an deiner Stelle, hier sind Rifts. Ach, ich hab wo sind Rifts? Ich hab doch keine Ahnung, wo die Rifts sind, Digga. Ich will mal Gegner. Ne, ich bin tot, Mann, nein. Leon Machair, wenn du heier hast, edition. Juhu, hör auf. Also, was ich mal, der war für dich, könnte ich dir zahlen. Aber ich hab mitleid mit dir. Weil Leon Machair, ich bin jung, ich glaube nicht du labasch, grad nicht. Ich sehe, du läufst grad zu diesem einen Hauser, diese weiße, du labasch, labasch. Wenn du heier hast, Leon Machair Edition. Egal, komm, komm ruhig, komm ruhig. Ja, alles deine Zeit. Ich wird lieber an deiner Stelle Metze und Waffen und Blue Life waren. So, bevor du findest auf einmal eine Waffe und dann bist du Mann geworden. Jürgen. Ich weiß noch damals, wo du noch deine ADS-Zeiten hattest. Ich hab dich hier gespielt, du hast rumgeschrien wie ein kleines Mädchen. Ja, du babbelst, du babbelst. Das war meine Schwester, die so zockt er nicht. Ah, das ist für die Schwester. Du redest, du redest. Ja, ja. Ah, okay, ich verstehe. Jürgen, ich hab so krank Blut, wenn du nur wüsstest, was gleich mit dir passieren wird. Hast du schon Angst? Sag ganz ehrlich, ob du ein bisschen Angst hast. Nur so krank bist du. Ich bin Mann, ich bin Mann. Okay, gut, werden wir sehen. Ah Gott, Mann, du. Du wüsstest nicht gewinnen, glaub mir, du wüsstest. Ich hab lange Pause gemacht, aber du wirst verlieren, glaub mir. Okay, was willst du wetten? Um ein Döner. Ein Schweizer Döner, 30 Euro, komm. Leute, ich schwöre, ich weiß, ein Döner kostet einfach wie fünf Döner in Deutschland. Das ist so schlimm. Schau mal in die Luft so ein bisschen. Sehr männlich, das kenne ich mich nicht. Äh, ich hab ein Biggi. Wo, wo die Luft sieht niemanden, das babbelstüge, ey. Du redest, du redest. Stell dir vor, auf einmal. Hier, deswegen ist es fast. Ich bin ein Mann geworden. Hier, nimm. Nimm den Biggi. Ich hab den Biggi hingeworfen. Hast du wirklich gedacht? Du, Spaß. Spaß, 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 Spaß. Gib dir Biggi, ich mach nichts. Und versprochen werden, niemals gebrochen. Du weißt schon, auch wenn du diese Metal Wall machst, das bringt dir nichts. Bobbel nicht, mach kaputt. Naja, alles gut. Naja, alles gut. Wirst du, wirst du wirklich so wie Mann zu Mann? Wie viel Metz hast du? Ja, hol dir noch ein bisschen mehr Metz. Da machen wir wie zwei richtige Männer one wie one. Okay. Okay. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Ich guet, ich guet. Ich guet. Es gibt sogar noch eine MP, das fäll ist. Naja. Von mir aus, ich spitzhack dich auch. Mach dir da keinen Schräs, Junge. Ey, Junge, denkst du auch, du bist krass geworden? Fahr mal lieber Metz bevor du... Ist da? Warte, warte. Was sehe ich da? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Was passiert, Bruder? Was passiert? Was passiert, Bruder? Was passiert, Bruder? Mein Game ist gecrashed. Maaaaaaand mein Game! Was los, Bruder? Wegen dir, Crash mein Game. Bis du bekomm ich kein Schaden, dann. Das ist weg wegen dir. 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 Hast du dich einfach gekämpft? Oh, du hast nur noch 20 AP? Soll ich dich picken? Das ist weg wegen dir. Oh, ewig gekämpft. Dass du mich geheckt. Du hast mich geheckt. Manin, aaaaaaaand mein scheißse internet. Wo wegen dir, bei gott nur wegen dir. Nur wegen dir. Nur wegen dir! Es ist alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Nein, es ist deine Schuld. Bro, Epic Games hat schon gewusst. Nein, es ist deine Schuld. Nein. Sei ruhig. Na ja, nimm mich an. Aber ey, sag dir ehrlich, Bruder. Nein, schreib mir nie wieder, lass mich ein bisschen drüber. Oha, Brace, war doch nur Spaß. Nein, nein. Bro, ich schenke dir OG-Scan, ist da wieder alles gut. Ich schuck deine OG-Scan, Alter, ich spiele kein Fortnite mehr, Junge, was ist das? Oh, die Menge geht weder, zock mal auf Hals, Maun. Na, Digga, ich wünsch dir was nicht mehr. Junge, stream mir einmal in mir, camp mich mal, tschau. Leute, er hat einfach sein Stream beendet und ist offline gegangen. Digga, ich schwörs euch, er tut mir richtig leid. Ich werde mich auf jeden Fall privat nochmal bei ihm entschuldigen, ich ruf ihn gleich an. Ja! Ja! Hier kommt wer. Abonnent, Gott, komm her, komm her! Wah, was ist das denn? Heute werden wir meinen alten Kollegen no-name-KMR-Streams leiten, beziehungsweise der Junge sieht einfach ein bisschen aus wie Kai Havertz. Mein Gott, wenn die Runde jetzt nicht besser wird, dann dreh ich durch. Ich lande jetzt extra defensiv. Defensiv für den Win. Aber dieses Video da, wo der bei KFC besoffen ist, genau so sieht der aus. Du siehst aus wie Kai Havertz KFC-Version. Halt die... Der ist auf jeden Fall hinter John assist gelandet. Wir werden ihn gleich sowas von eklig an hinten one-shot machen und dann richtig krass mit ihm spielen. Aber er ist ein richtig guter Spieler, deswegen müssen wir erstmal richtig viele Mets farmen und uns richtig gute Waffen und Blue Life holen. Ich sag ehrlich, mit dem Loot kann man die Runde gewinnen, außer man Internet macht Auge. Mein Internet ist halt so ein Problem. Leute, ich bekomme kein Blue Life und er ist dort hinten gerade am Strand und ich wollte mir eigentlich das Blue Life hier holen. Er darf mich nicht sehen. Ey, das ist so ein Legenden-Spot. Vertraut mir, Chat. Dieser Spot sind vier Legenden erschaffen worden. Er ist einfach dort hinten, Freunde. Er ist richtig nah, aber ich muss dieses Blue Life hier holen. Das ist essentiell wichtig. Ich muss darauf achten, dass er nicht hierher kommt, aber noch habe ich ein bisschen Zeit zum Glück. Ganz, ganz wenig. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal anhitten soll. Hier landet niemand, hier kommt niemand und hier ist einfach chillig. Man kriegt einfach Urlaub-Feelings. Wir haben auch ganz gut Mets. Wichtig. SMG. Ich mache jetzt hier noch schnell mein Leben voll und dann pushen wir ihn, weil er farmt gerade auch Mets. Alter, das wird so heftig. Ich habe zwar nicht die besten Waffen, aber man kann auf jeden Fall damit arbeiten, würde ich mal sagen. Du hast doch Ähnlichkeiten mit Julian Brandt. Obwohl, ich habe anscheinend auch Ähnlichkeiten mit CR7 oder... Er hat auf jeden Fall mehr Mets als wir. Und er läuft dort hinten irgendwo auf der Straße Richtung Tankstelle rum. Und wir werden jetzt mal in seine Richtung gehen und ihn einfach mal so anschießen. Und dann straight aber wieder durchziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, ihm wurde noch nicht angezeigt. Oh, er hat mich gesehen. Was ist das? Woher kommt er jetzt, Digga? Das ist seine Mission. Er hat mich gesehen. Oh mein Gott, nein. Unser Plan ist schief gelaufen, Freunde. Und er ist wirklich nicht schlecht. Ihr seht, wie gut der bauen kann. Nein. Ey. Nein, mein Internet. Ich glaube, mein Internet ist... Billig Internet. Komm her, ich esse dich. Oh ja. Ach du Scheiße. Ah. Ja, das wird so schwer hinzuholen. Boah, was ist das? Oh mein Gott. 40! Bruder, was für 40? Ey, Jungs. Das ist viel zu gut. Wir müssten kurz chillen. Wir müssten kurz chillen. Wir müssten kurz durchziehen, Leute. Ey, ich hab Bock, den zu verarschen. Warte. Hey, er nimmt weg. Ich brauch mehr Leben. Ich brauch mehr Leben. Oh mein Gott. Ich sag euch, das ist nicht so ein Streamstyle-Video, wie früher immer, wo ich die Leute einfach so holen kann. Er kann halt auch leider dieses Spiel und ist richtig gut darin. Deswegen, wir müssen jetzt richtig aufpassen, Freunde. Was wir machen, wie wir ihn pushen. Okay, er hat gecheckt, dass ich hier jetzt farme. Äh, Digga. Ich, also wirklich, eigentlich hätte es andersrum sein müssen. Und ich hätte ihn jagen müssen. Aber anstattdessen jagd er mich. Warum sitzt er weg? Er soll ein Mann werden und herkommen. Er soll ein Mann werden. Er denkt, hier ist er im Kletterpark. Oh mein Gott. Warum ist er hier eine Ecke? Wir brauchen halt Leben. Er kommt auch. Springt so glatt her. Ja. Ja, kein Hit. Wieder kein Hit. Warum? Ja. Immer diese Bäume. Ja, Zone kommt. Ich sag euch, wie es ist. Ich ziehe jetzt erstmal durch in die Zone. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wer ein neuer? Nein, 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 nein. Digga. Nein, 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 nein. Da ist noch einer. Nein. Jungs, das war's. Streamstar-Video geht schief. Streamstar-Video geht sowas von schief. Digga. Was ist das für ein Feind? Ich hab nur noch 30 AP. Soll herkommen. Ich esse dich. Oh mein Gott. Er läuft in die Zone. Oh mein Gott. Und er läuft in die Zone. Wir können ihn gleich abfangen. Das ist unsere einzige Chance. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er ist dort oben irgendwo. Wir haben kaum Metz. Er fightet, er fightet. Wir können, oh mein Gott. Ich kann die runter bauen. Let's go, let's go, let's go. Oder ich misch mich ein. Nein. Er hat ihn gerade geholt. Ich geh direkt hoch. Ich geh direkt hoch. Er hat 250 HP. Ey, nein, er kommt abschauen. Er ist im Kletterpark. Obwohl die Kamera... Scheiße. Oh mein Gott. Junge, ich habe LVP. Ey, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, Verbände. Oh mein Gott. Okay, was macht er gerade? Er farmt Mats. Ich glaube, er weiß nicht, wo ich bin, zum Glück. Doch, 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 er kommt her. Hey, wo ist der jetzt hin? Haben wir noch? Komm, ja! Digga, hä? Au! Da, Alter! Nein, nein, nein. Er farmt hier direkt Mats. Nein. Leute, er farmt hier direkt Mats. Oh ja! Oh mein Gott. Nein. Ja! Ja! Er ist weit. Nein! Scheiße, komm, die Runde scheiße. Digga! Nein, nein, nein. Nein. Nein, es ist vorbei. 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 Digga! wie an lucky egal ich werde versuchen ihn noch mal zu streams leben keine chance und da hat er noch mal hier die boogie bomb boogie bombs für dich die max boogie bombs jan der mit billig internet go next my friend go next und ich bin tot an der zone geil das hat der stream gebracht genau das ok leute nächste runde und diese runde werde ich ihn zu 100 prozent holen er wird hier landen ich bin seit dem update dort nicht mehr gelandet ich glaube sogar seit der neuen season und leute das ist das klasse ihr wisst dort hinten ist dieses dragon ball haus und da ist diese eine labor tante bei der du die beiden mythischen items kaufen kannst die auch manchmal vom himmel runterfliegen vielleicht muss ich auch gar nicht kaufen dann kann ich meinen 4000 gold sparen aber auf jeden fall er ist da hinten gelandet also ich weiß nicht sehen wir ihn jetzt gerade erst gerade im haus drinnen und looted dort hinten dass ich noch public spielen weil arena und spielbar ist mit diesen ping und mit diesen alles alles banane egal für die fordnet wins für fortnet auf jeden fall werden wir uns diese mythischen kbhbh items holen und dann kann er nichts machen er kann uns nicht holen okay außer wenn er uns lasert und so aber glaubt mir ich werde ihn so schnell mit diesem kbhbh ding holen dass er gar nicht links und rechts schauen kann ich will nur dass du weißt wie oft ich briefe an dich schreibe und sie wieder zerreiß kann es sein dass du ein bisschen geistig bist ich bin komplett geistig ich bin geistig geistig bin ich geistig aber das ist gut unterhaltsam hau mal her und auch mal her glücksspiel angelehnt was bekommen wir hier raus ja cool digga 100 gold verschwendet egal süchtig ja noch mehr süchtig ja digga was ist das also wirklich das ist der größte scam automatisch ist wie wenn du casino gehst deswegen kinder geht nicht casino ihr seht was passiert jungs ich bin ehrlich mein skin sieht so ein bisschen aus wie so ein emo girl leute schaut mal erst dort unten ja impuls kann das geil hier kommt wer aber dann kam er kam er war was das denn ja ja und dann wird es schaden wird kam hiel dich hiel dich junge hiel dich schaut mal wie angst er hat stellt euch mal vor ihr bekommt einfach random so fettes kbhbh er will auch unbedingt feiten er will unbedingt feiten ja lauf lieber warte wasser das denn der fliegt im himmel und warum macht er irgend so das gegner 40er headshot er hat 30 ap oh das ist zu lustig das ist viel zu lustig nein das ist noch ein gegner helft ihm mal muss sie kurz helfen auf korrekt jetzt habe ich greifer plus kettensäger weil dieser gegner sucht schon die ganze zeit stress er wollte mich vorhin auch unbedingt pushen jetzt habe ich halt nur noch ein kamehameha wegen dem typen egal er versteckt sich im gebüsch Schaut ihn euch an in welchem gebüsch ist er in welchem gebüsch ist er ey zu witzig ah ok er läuft dort hinter zu witzig ey wie geil ist das bitte Digga das ist das beste Streamslip Video mit diesen kbhbh Digga macht es ja so Spaß zu Streamslipen oh mein Gott und das gute ist ich hab noch eins das ist das geile und er hat nur 150 hp also wenn er einmal frech wird und er ist wieder cracked und ich werde ihn die ganze runde lang nerven so lange bis er richtig durchdreht ach du scheiße wer bist du wieder irgend so ein kamehameha skin alter ich bin halt direkt bald da müssen wir abhauen da kenn ich auch nix weil ich die runde mal einen win holen will klombo bären oh 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 da kann ich euch pushen Junge das wird das heftigste Streamslip Video vertraut mir und wenn ihr mehr davon sehen wollt wie gesagt lasst ein Abo da lasst ein Like da und teilt die auf jeden Fall mit euren Freunden weil ich werde ihn jetzt auf jeden Fall richtig auseinander nehmen und er flüchtet er hat richtig Angst schaut ihn euch an wie er dort wegläuft oh nein 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 er ist ein guter Spieler er wird mich safe lasern können er wird mich safe lasern können warte wir gehen auf Abstand wir gehen immer schön auf Abstand dass nichts passieren kann weil ich weiß ja wo er ist aber er weiß halt nicht wo ich bin boah es wäre so cool wenn ich jetzt den Killauftrag mache und ich ihn als Killauftrag habe Digga bitte 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 no name KMR ja bitte oder was ist ich glaub der kommt mich vorstehen oh mein Gott wieder kam wir kam ja oder so der BG hat nichts gebracht Kusenk das ist bitte aus Public gewonnen oh mein Gott ey was ist das für ein Typ Digga der versteckt sich in den Ecken und beamt mich alter einfach vorne ist so Horrorspiegel entwickelt worden so und jetzt hauen wir wieder ab jetzt greifen mich Wölfe an also was die Runde ist schon wieder passiert ah und jetzt werde ich wieder abgecampt so der kann jetzt was hä Bruder was ist das jetzt fliegt er da wieder aufs auf seiner verpissten Wolke alter einfach die ganze Zeit immer ihn anschießen und dann irgendwo campen und abhauen es gibt nichts besseres Digga er wird so ragen er wird sowas von ragen Junge das ist das lustigste Video mein Gott ich mach weiter Kettensäger oh mein Gott Digga ich wird wieder abgecampt ey was nein was nein hä er will mich glaube ich abfacken ich treff kein Schuss ja Bruder also nein wirklich das ist viel zu geil das ist viel zu lustig ey jetzt fährt er mit dem Truck komm her ich ess dich hier hier kriegst paar Kettensäger komm her hier Digga was macht er Digga er will mich verarschen bei Gott was ist das Digga er fliegt die ganze Zeit weg so ich verhitze ab oh mein Gott wir müssen uns hier irgendwo hin campen ich kämpf mich hier rein und warte auf ihn bis er kommt weil er muss ja hier entlang gehen weil hier Sound ist er ist dort oben ja wo ist er jetzt schon oh mein ey nein bei Gott das bockt mich ey ich spiel nach der Runde nie wieder public guckt es euch an der sitzt hier in irgendeinem Busch warte mal hier ist noch einer er gibt sich kein Minis oh das ist das beste Video ich schwöre das ist viel zu lustig die nerven ihn noch kurz so dass er sich nicht healen kann ich brauche noch ein bisschen Mutti um ihn weiter zu nerven er fightet wen er wurde geholt er wurde geholt er wurde geholt ey ich bin tot ich bin tot ich bin tot Digga ich hau ihn dazu warte warte wo ist er warte wir müssen ihn noch rächen wir müssen ihn unbedingt rächen wir müssen ihn unbedingt rächen ja 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 und er sieht es ganz genau dass ich das nein wer ist das es ist D-Max Digga D-Max du bist so ein Lutscher bei Gott Digga Kameh Digga er ist es die ganze Zeit zum zweiten Mal stream snipet er mich ab er hat man eine ganze Runde gegrieft ey D-Max du kriegst das alles zurück bei Gott du kriegst das alles zurück ja hier alter hier hier Junge ich habe so eine ganze Runde kaputt gemacht ich habe so eine ganze Runde kaputt gemacht Chat das das war mein alter Dom Hahahaha das war keine gute Idee nein 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 hey hey oh oh ich ziehe nix Bruder ey Bruder ich schwöre nein 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 Chat heute wird richtig heftig ich glaube sogar eines der heftigsten Streams der Videos ich bring ihn so krass zum Durchdrehen und zum Ragen warum ich bin zu Public an der Arena Bruder ich hab grad Arena gespielt aber mein Bruder ich sag dir so wie es ist ich hab gar keinen Bock unter Champs zu droppen oh hier sind sogar diese nerven Tiere Hört ihr das? er ist grad dort vorne und fightet nen Wolf dort vorne läuft er hört mich so richtig krass an ihn reinschleichen ich nehme ne AR lieber mit als ne Pump hm er hat mich nicht gesehen haha ich werde ihn jetzt einfach komplett oh ne er hat mich gesehen was man hab ich grad nen Gegner gehört oh mein Gott ist hier er macht richtig ernst er macht richtig ernst ich geh erstmal kurz weg ist mir scheißegal ich hab den ich hab den Tod ich hab den Tod ich hab extra ich hab extra ne AR mitgenommen wo ist er wo ist er? Junge! noch nie hat einer so ernst gemacht nein 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 hat null abhängen hat null abhängen oh mein Gott was soll ich da machen Mann ey ich hab keine Mets mein Gott mein Gott ich hab keine Mets ich hab keine Mets oder was ich machen mein Gott mein Gott oh mein Gott gestream sniped hab die waren absolut Bananen jetzt ich nur gefühlt Pro Player was? ja ich hab jetzt ich muss immer ne Pump mitnehmen Tactical ist viel zu krass das war Zimax wie das war Zimax ne ja am Ende jetzt der Chat schreibt auch noch rein er hat Zimax gekillt und so dann flieg ich auf cool ja jetzt hat das gecheckt er checkt grad Friendlist noch ab ja ich hab grad Nachricht von ihm bekommen ey komm mal Call wichtig warte ich geh mal Call mit ihm hallo Zimax ja was geht was machst du gerade? Bruder ich chill bisschen und du? bist du gerade Fortnite? ne also mein kleiner Bruder ist bei mir und der zock grad Fortnite wieso? weil ich einen geholt hab der A4i Zimax heißt und einfach noch fragen ach so ja also es kann sein dass mein kleiner Bruder war so aber ich chill grad einfach nur ein bisschen so ich wollt grad sagen sein Mann spielt Zimax Public ey ja ja Bruder sei wann spielst du Public hä? ich wollte ich bin einfach Public gegangen weil ich kein Bock hab um das Chat zu gucken ach so ja ok verstehe ich so ein bisschen für Content und so ja ja aber ne also wenn dann war das mein Bruder und du also hat er dich geholt oder was? ich hab ihn geholt der Arme ich hab ihn zu verabschiede gebracht der Arme ist bei der Buhlgruppen so ja bruder der Arme Digger was soll man machen ja keine Ahnung war wahrscheinlich Zufall egal ok ich wollte schon sagen weil mein Chat schreibt so siemex siemex und so hä? ok ok ich hab ein ne ich will dabei viel Spaß beim Stream wenn ich ihn jetzt hole wird er richtig austasten weil er ja weiß dass ich beziehungsweise mein kleiner Bruder das ist und vielleicht checkt das dann und das wird ihn noch mehr zum Ragen bringen also eigentlich ist gut dass er weiß dass mein kleiner Bruder spielt und ich würde sagen wenn die Runde gleich vorbei ist dann sehen wir uns direkt in der nächsten warte landet jemand mit mir? ah ne der landet oder? wo landet der? ja hä? warum landet man in der Zone Public Darm bruder? ich küsste doch sein Herz ok Freunde wir sind wieder in seiner Runde nur diesmal werde ich meine Spezialattacke wieder rausholen Kamehameha ihn da mit One Shot machen und dann wieder auf den Pickaxe gehen beziehungsweise ihn safe killen und zum Ausrasten bringen wir müssen richtig viele Granaten und sonstige Sachen die einfach Nerven benutzen weil dann wird es lustiger wenn er ausrastet so erste Runde hat er mich geholt jetzt hat er bisschen Ego und so und er denkt immer noch mein kleiner Bruder spielt aber diese Runde wird da auseinander genommen versprochen oh mein Gott PortoPot gibt es ja auch noch ne aber ich glaube PortoPot ist sogar in so einem Papi unnötig ich glaube das ist nur sinnvoll so ein Notwirt oder sowas Leute er ist hier in der Nähe er rotiert immer zu diesem Haus und er ist nebenan auf dem anderen Gebäude jetzt wird er hier gleich reinkommen dann gibt es die Überraschung des Tages ich habe eine glatte Kiste oh mein Gott oh Bruder was macht mich die nein 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 ey nein 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 ey nein 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 ey nein 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 ey nein mach ich schau ey nein ey nein Ah PortoPotP ist nicht mehr nicht wahr ich muss das von der oder nein nein ich schwöre die max ich gehe in den korn mit ihm oder er sagt mir das schönste ich bruder und sein bruder sagt der bruder kennt mich mal bruder ich schwöre die max wenn du das dieses kaputt glaube ich mein gott oder die strafft oder die mix wenn du das siehst du bezahlt ihm das sagt nicht er hat controller kaputt gemacht ich höre sein tod nicht aber ich sehe er schmeißt controller robot das ist immer noch nicht das ende ich hätte nicht gedacht dass er so schnell rage aber jetzt kommt das große finale so immer nach der dritten runde muss er gebrochen sein wenn er nach der dritten runde nicht gebrochen ist dann habe ich etwas falsch gemacht aber ich werde jetzt ihn richtig nerven ich werde mich überall verstecken den abcampen in kurze hits geben dann wieder wegfliegen dann kam mir haben ja hier dann eine granate da also wir sehen uns jetzt direkt in der letzten runde das wird noch mal richtig lachkippen mein lohn ist so gefischt ich hab gar keinen bock mehr oder er stream snipe mich einfach oder ich hasse sowas ne okay leute jetzt kommt das große finale ich hoffe ihr seid gehypt wir sind selbe runde dafür brauche ich noch einmal kbh und jetzt brauche ich richtig viel glück mit dem loot dass ich dann auch richtig viele granaten und so bekommen ich brauche eigentlich nur eine ar weil ich ihn eh mit kamehameha holen werde so eine aug am besten das wird jetzt richtig lustig mann ich bin richtig gehypt das ist das größte was ich hatte ob das kommt oder nicht das wieder grad bei der tanke ich habe alle items die ich brauche und gleich werden wir einfach wieder hoch fliege und ihm ein kurzes kwbh geben aber er hat noch gar kein blue live gefunden deswegen ich glaube es ist noch nicht zeit für ein kamehameha aber diese runde wird das finale deswegen ich warte bis der blue live hat und schau ich bin netter stream cyber ich kenne dich über die rege so und ich gebe ihn erstmal so ein au kit ok er hat grad ein bg bekommen so deswegen wird zeit für kamehameha wird zeit für kamehameha wird das habe ich jetzt aus versehen geworfen ich wollte eigentlich wegfliegen er hat sich erschrocken beziehungsweise er dachte sich sowas geht da ab zuglück habe ich noch eins können wir aufheben das hat ihn dorthin gelockt das hat ihn dorthin gelockt der ok damit zeit für den kamehameha wenigstens nur ein hunderter hit nur ein hunderter hit so warte ich werfe ihn wo ist er läuft weg werfe ihn medkit hin oder bin ich blind oder wo kam das war da mein gott nein ich muss weg ich hab nichts bruder ich hab nichts muss irgendwie weg nein 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 ich bin 1 ap 15 ap ey Witze er riftet weg ja 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 warte wieviel ap hat er einen hit will ich ihm geben warte ein hit will ich ihm geben komm ich will ihn aber nicht killen ja egal ist egal ist egal ich bin extra wettkitting geworfen weil er mir ein bisschen leid getan hat bin ich euch ehrlich aber ja er kann sich jetzt erstmal hiel der arme oh ich habe direkt zwei neue von denen gefunden wichtig soll der dable skin nein nein sagt mir nicht sagt mir nicht dass das jetzt die mix wieder ist sagt mir nicht dass das er wieder ist bitte dann geht es gleich auf ich muss jetzt noch hier liegen ich habe irgendwie Angst dass ich mich verfolgen dann auch neu ich probiere einfach mein kommier noch ich bin hier kein kleiner bitte 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 hier ist einer ich muss weg er ist doch den beim stein er hat hat der bingel gefunden er hat immer sich den bingel gegeben hat cracken wie wieder mit kbhbh aber ich habe Angst dass ich ihn kill warte hat er sich er hat sich den bingel gegeben er ist ja ja gleich ist er full life okay er hat gut dagegen gebaut okay ja komm ich nehme dir das hack glaube ich dann kann ich dich mitnehmen hier geht's oh mein gott oh mein gott Junge was hey nein 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 wo ist mein ding gewesen mein spiderman ich brauche mein spiderman wo ist mein sp- hä wo habe ich mein spiderman gedroppt hey nein 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 schade er versteckt sich er hat Angst vor diesem kbhbh okay das letzte kbhbh muss ich leider aus mir aufheben er will mich mit meinen eigenen waffen schlagen ey nein 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 Bruder wie kann man nur so nervös sein bitte wie kann man nur so nervös sein willst du auch Glück irgendwie treffen er ist cracked jetzt bekommst du ein auto zurück was ist dieses item soll ich ihn jetzt schon killen ah ne er ist hinterm stein dieses item bringt gar nichts nein jetzt habe ich nur noch eins egal nein er wirft zurück er wirft zurück digga er macht Duell er macht kurz Duell mit diesen Dingern wieder cracked ach ey wo ach aber ich will eigentlich jetzt schon das letzte kbhbh machen aber ich will ihn leiden sehen ich will ihn richtig leiden sehen ich muss ich keine Metz mehr oder ey bevor ich gegen den DMAX stelle aber wenn er das ist ne oh mein nein 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 es gibt auch zu ich muss da hin hier ich muss weg nein 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 oh mein gott bruh er lässt alles fliegen er fährt weg mit Auto la gameo fahr nicht weg jetzt machen wir verfolgungsjagd jetzt kommt fette auto verfolgungsjagd forti naiti da ist er ich mach sein Auto kaputt mit kbhbh warte ne net nein 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 ey ne ach hey Bruder ich schwöre nein ich schwöre nein ich schwöre nein ich schwöre nein kein Pop mehr ich schwöre das war todlachgig sagt was ihr wollt der arme er rastet komplett aus kaputt alles auseinander alles auseinander genommen junge ich glaube das war der krasseste rage die ich jemals bei dem stream video von mir gesehen ab alter ich bin so schlecht heute werde ich einfach ein pro streams der über 1000 dollar earnings hat und richtig viel geld schon einfach mit ford verdient hat nur mit zocken und erst bei synapse gelandet nicht wert in gleich so was von überraschen also ich muss wirklich sehr vorsichtig spielen weil er ist ein sehr sehr guter fordner spieler ist gerade scheint spannend bei ihm zu sein aber er ist wie gesagt nicht schlecht er versucht ihn so zu pissen und so wird halt kein blue life einen starker pampel und dann war es das mit ihm ich denke nicht dass er sterben wird schon wieder der weg ich habe immer noch kein schild hoffi die sehr wichtig geht er wieder weg oder was heute hat er ist einfach immer noch in der zone und one shot also wenn er gleich wie gesagt hat er ist einfach immer noch in der zone und one shot los riftet wird es extrem witzig weiß nicht ob ich ihn jetzt schon holen soll schießt einfach mal an ich gehe nur auf ihn wobei helfe ein bisschen hätte ich eine ar schwöre der werdet egal ich gehe einfach auch in wir haben ihn einfach zerteam ich glaube er hat keine mili ist mehr frage ist wo er jetzt ist schau wie wenig er hat er wird so von mir gepickt was er ist der echte eine safe und fake oder was ist das denn ich werde im public gepick extra aber feinlich bruder das ist sehr peinlich das ist sehr sehr peinlich und sie wegs gepick ex zu werden das noch die echte nein ist das faker oder ich glaube auch ich habe sie mich als auch so das muss ein faker sein warum der ist der hälfte schiebs habe ich hier auch vor euch oder was jungs also alle die jetzt gerade hier sind aber die gehört auch mit der scheiße ich hab mich doch nicht mein gott was macht er jetzt es halt so logisch dass mich irgendjemand es ist so lächerlich ich werde einfach die süße die jungs von einem steam ex faker es hat so lächerlich was okay leute ich bin wieder in seiner runde er denkt wirklich nur weil das skin wechselt und auch die ghoul trooper nimmt das hügel wie er vor mir geschützt ist dass hier die streams direkt raus gesprungen deswegen machen wir das natürlich auch die runde die musik wenn ich jetzt nicht gewinnen dann ist es mal und leute jetzt wird er von mir sowas von auseinander genommen early drop es kommen auf jeden fall noch welche mit er ist auf jeden fall hier ihr erster ghoul trooper hat besseren drop als ich hoffentlich japan handelt mit das obendrauf schaut jetzt jetzt müssen gut kommen die nades müssen gut kommen vor allem schreiben weil sie mich kennt mich doch gar nicht warum sollte der einfach mit ich meine ich habe seine videos gesehen jetzt auch mal für dich empfohlen also bei youtube aber an der leute die leute die ja die jetzt glaube ich kontakt hat oder so war die erkennt zum beispiel seine alten mädchen oder so was ich sehen wer landet denn hier aber lässt im gs direkt über mir mein gott der one shot pump mal blue life ja dafür ich glaube er kommt hoch er hat nur noch 87 hp glaube ich oder irgendwas mit 80 er hat aber ein biggie gefunden nein jetzt bin ich mir nicht das ist das so lächerlich also dieses game sollte verboten sein kann ich bauen die ganze spieler ist also avc max digger ich raste so aus digger was will der typ von mir die gehörte auf dem stream was soll das hat hier durch nicht ich weiß ganz genau wo er ist oh mein gott oh mein gott er hat ein noskop von mir kassiert komm herr junge komm herr komm herr das war so sick auf wo ich jetzt hätte jetzt hätte er soll annehmen das muss ein faker sein einfach noskop zu heftig da raged er auch zurecht warte er will mich hätten er will mich hätten dass ich mich schnell fars an machen vielleicht können wir dann auch und wir haben gegen hier kommen ich glaube ich kann ja ich bin sogar ab dass er sieht dass ich mit ihm in derselben runde bin aber ich gehe nicht mit ihm in der gruppe auf имеx ich werde jetzt so ein was soll die das macht doch keinen spaß was soll denn dann dieser scheiße ich werde geschrieben sein von nein 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 erst mal die nächste runde also die runde und wenn er jetzt noch was gibt dann richtig komplett er ist rausgegangen ich würde sagen wir sehen uns gleich wenn ich wieder seine runde bin okay leute ich bin jetzt zum dritten mal in seiner runde das wird richtig lustig ich werde einfach zweimal hintereinander von dem c-max faker gold einfach c-max ich habe ihn da sogar geädet aber er kommt nicht lobby warte er will eben 96 Leute bei ihnen auch nein er kann nicht nein ist es ein travis nein er ist kein travis oder er ist ein tra- nein digga hör auf mit dieser scheiße was macht er denn nein das kann ich erst meinen das kann ich erst meinen ich schon mal zwölfer hinter habe heute ich habe ja seine erfahren genommen und er hat ja schon jetzt gerade der fl geschaut ob ich in seiner runde bin er denkt halt immer doch dass ich nicht der echte bin aber das ist eigentlich perfekt für uns freunde so die sache ist werde jetzt direkt stream seiten ich werde direkt einfach reingehen ein bisschen mats geholt zack zack bisschen waffen jetzt direkt rein da das kann ich erst meine kollege ich schwöre jetzt wenn das video nicht dass dieser stream existiert dann ich raste aus weiter er sucht mich mein gott habe ich gesehen oder wieso wirft er so granaten ja 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 meinen internet macht halt so faxen. Es ist halt schon wieder der. Nein. 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 Nein, Dicker. Er hat nur noch 60 HP. Ich wollte mit ihm spielen und ihn spitzhacken. Er lacht mich aus und macht take der L, Junge. Was für, Dicke. Wie kann ich an so einem sterben? Okay, er ist krass in Fortnite. Er sagt, er ist prone. So, ich darf doch nicht an ihm sterben. Was wir selber klauen, Junge. AVC Max, Digger. Du bist halt so scheiße, du scheiß Faker. Du bist so scheiße, du scheiß Faker. Wie kann man denn so scheiße sein? Du streamsnipst mich. Ich habe Internetprobleme und du faxst hier rum. Also, wie kann man denn so schlecht sein? Spüre selber klauen. Okay, er wird... Ja, tanzt, 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 tanzt. Du wirst nächste Runde sehen. Tanzt, tanzt, tanzt. Leute, alle guten Dinge sind vier. Also, dritte Runde hat er mich geholt. Aber es steht immer noch 2 zu 1. Man muss positiv bleiben, Freunde. Das sage ich euch, wie es ist. Wenn dort oben jetzt eine Kiste auf diesem kleinen Hügel ist, ich werde dort landen. Laser ihn dann schon direkt in der Luft. Das wäre zu heftig. Weil ja, bei meinem Glück spawnt da leider keine Kiste. Aber wenn jetzt wieder dieser scheiß AVE-C-Mix oder wie auch immer der... Nein. Ist das ein Travis? Es ist wieder... Nein, Digga. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Was streamst du mich? Bitte sein, Chef. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Du musst da rein ins Haus. Wer sieht mich? Wo ist er? Ja, er landet daneben mir. Ja, ja. Wir brauchen direkt eine Waffe, Leute. Ja, Waffe. 2.3. Sliden. Let's go direkt ein bisschen. Let's go direkt mit Pump. Let's go, let's go, let's go. Und gleich fange die Spielchen an, Freunde. Okay, er ist... Den Bot angeschossen. So ein Edi. Er schießt einfach den Bot an, weil er selber sein Bot... Genau deswegen ergibt sich gerade unter mir Minis. Egal, egal, egal. Hültig, hültig. Er soll kleinen Vorteil haben, weil die besser sind. So ein Ding ist das. Man muss auch mal mit Confidence reinkommen. Okay, alles. Unten... Haltet, glaube ich, gerade den Bot. Ich hab keinen Wettz mehr. Gib mir jetzt den Scheiß, Mettz. Gib mir jetzt den Scheiß. Oh mein Gott! Bot! Bot verfolgt mich! Oh mein Gott! Leute, wir müssten uns unbedingt... Er hat halt 200 HP. Ich hab fast gar nichts. Wir müssten uns jetzt irgendwie ancampen und... Und... Das könnte schwer werden. Wird halt die ganze Zeit... ...von den Bot gefaltet. Die Menschen, die jetzt so langweilig... ...dass du Leute stream snipen. Nein, nein, nein. Ich komm nicht raus. Dieser Bot macht auch komplett Faxen. Ja, ja, ja. Der Bot... Der Bot grieft ihn so hart. Der Bot ist einfach... ...mein Teammate. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Digga, er hat so viel Leben. Okay, nächstes Mal. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dieser Scheiß... Dieser Bot, Digga, was soll denn diese Scheiße? Digga! Der Bot... Der Bot... Der Bot spielt mit mir. Der... Der Bot gehört... Er wurde einfach vom Bot geholt. Ich kann nicht mehr. Ich schwäch, ich kann nicht mehr. Das ist besser, als wenn ich ihn kille. Er stream snip dich jetzt safe wieder. Nee, der stream snip, der kann noch nicht... Ich habe ja erst reagiert. Wo ist er? Streams, aber ich habe ihn hier sogar eingesperrt. 94. Ist ein 93. Der echte, der echte? Das kann nicht der echte Siemens sein. Das ist safe nicht der echte Siemens. Geht mich ein. Geh mal rein. Verlass ich nicht die Runde. Hallo? 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 Was geht's? Ähm... Ist vielleicht die Siemens? Ähm... Man weiß es nicht. Der war ein Siemensheim zu mir. Äh... Wie ich stream snip dich? Was meinst du? Ja, ich streame. Ich streame. Und du musst dir denken, einfach... Dreimal hintereinander werde ich von dem AVX Siemens Gold. Und dann habe ich die Gälde. Warum bist du vorher nicht gejoint? Hast du keine Ei oder was? Ähm... Weil ich weiß nicht, was du meinst. Aber auf jeden Fall droppen müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Schon mal ein bisschen so vor dich. Bist du schon wieder in meiner Runde? Digga, nein, nein. Ich werde dich so holen. Ich werde dich so holen jetzt. Woher pass auf, Iron Man holt dich. Wie letzte Runde der Boss. Ich werde dich so holen, Digga. Nein, nein, nein. Du hast mich nur geholt, weil er Stucky war. Du bist so schlecht. Ich steh. Nein, nein, nein. So schlecht. Ich steh. Nein, nein, nein. Digga, was soll denn das her? Geh, ich werde einfach... Nein, 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 nein. Ich was nicht, ich was so aus. Digga, ich habe alles kaputt. Ich werde von dem VARVO-Es-Demex geholt, Digga. Es ist auch eine echte... Nein, hey, es ist so. Es ist so lächerlich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich was nicht, ich was so aus. Ich habe alles kaputt. Digga, warum schweißt du mich? Kann man nichts machen? Ja, weil du sagst, du bist Pro und so, aber du bist viermal... Ne, warte. Drei Mal wurdest du von mir geholt, einmal von dem Bot, okay, und einmal bin ich halt einfach gestorben. Digga, redig du bist al falsch. gestorben ja aber du würdest verboten deswegen kann ja aber siehst du siehst du weil die mode in game hör doch auf doch andere leute ich mich warum sagst du mich denn ab ja okay ich glaube das ist ich glaube das reicht auf jeden fall nicht in dem grads video auf und ich war so random auf twitch unterwegs deswegen so dachte ich mir okay stream 70 leute was geht heute werden wir ein wrestlers streiten ich weiß es hört sich sehr komisch an aber gibt euch einfach was er für die maske nach 56 7 stunden keine ahnung wenn ich gebraucht habe habe ich jetzt meine letzte wünschen sich durch ein battle royale auf na auf eu wäre halt einfach was ich fliege jetzt direkt neben ihm ich glaube ich lande besser als er und baby kasse ist auch am start also ich wundere wieso der stuhl so auseinander genommen ist wo ich habe einen besseren drop als er nein ich muss hier hin ich muss er kommt mit mir das ist nicht das ist nicht ein ernst das ist nicht dein ernst aber ich bin vor ihm da keine waffe verbände was ist das ich habe keine ahnung von battle royale 11 spitz packen oh mein gott er ist durchgezogen aber er hat mittlerweile in dem pump was soll ich machen solche hinterher gehen du musst mir ein bisschen helfen und man ist ja immer noch hier wer ist er hat er ist dort ja ja weil er sich die truhe holt das ist ein vogel oh mein gott er geht da nach unten erst waren oder wie viel ap hat er 21 ich muss weg wo ist er hinten bei dem stein er ist noch da hinten gelaufen oh mein gott 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 ja 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 er ist halt bei dem stein wo er das auto hingewaschen hat baut sich land davor da 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 hat so glück er hat ein mp naja er ist da oben er hat keine impuls okay perfekt er hat nur eine pump aufhau ich sie max sie max wenn du das bist ne nein wenn du mich jetzt gestreamt hast ne wirklich nein nein das akzeptiere ich nicht das war er niemals er macht sowas nicht okay er ist rausgegangen wir sehen uns direkt in der nächsten runde so nächste runde ich kann es ich kann es nicht glauben ich bin gut mit c max aber wenn er das macht dann ist wirklich ehrenlos ich hoffe jetzt seit sieben acht stunden gefühlt wenn der jetzt stream stamp oder wenn er jetzt noch einmal in meinem lobby ist dann ist es vorbei sind wieder in ray mysteriös runde und ja ich glaube ich werde ihn so lange stream snipen bis er vielleicht sogar seine maske absetzt und sich zeigt weil mich würde schon sehr interessieren wie er aussieht nein spaß ich weiß schon wie er aussieht aber dann könnt ihr es zumindest sehen und ich droppe wieder mit ihm natürlich habe ich den skin gerechselt weil wäre schon ein bisschen auffällig wenn ich ihn zweimal hintereinander stream slipe und dann den selben skin habe so dann weiß er zu 100 prozent dass ich das bin aber ich land direkt mit ihm hier es landet noch einer mit uns hier ich brauche direkt eine gute waffe ich meine guck mal wenn es jetzt so eu ist oder so kein problem ich spare den weg aber ich bin der schlechteste spieler wenn es um ping geht ok ich habe ein besserer im job es war es mit ihm der ist so tot ich habe eine pump sichert sich schon mal die chest dort oben ich habe aber eine pump wie nennen wir das auf gut deutsch sagen wir wichtig und richtig ich habe mich nicht gesehen drehend 50 oh nein du fass ey es ist nicht dein ernst digga er tanzt digga wie kann man so behindert sein nein ich schreib den jetzt an ey wirklich das war's mit nerven das war's jetzt mit meinen nerven wie kann man so ein mensch sein acht stunden bin ich hier und der streams die ganze zeit wirklich ich würde den tod ballern auf EU das ist der ist so schlecht jungen nein nein mein gott ja anscheinend hat er was hat einem angemacht alles gut ja nein ich blockiere den jetzt wirklich das kann nicht sein ach Bruder ach Bruder oberpeinlich ok wir sehen uns direkt in der nächsten runde äh wirklich tut mir leid für meinen ausraster ne aber ich kann es er hat mir gerade nicht zurückgeschrieben nicht ich kann es auch nicht glauben dass dass es der ist entweder ist es ein faker weil ich bin gut eigentlich mit ihm sehr gut sogar der ist ein korrekter junge ich der kann auch nicht er weiß doch dass ich eine winchallenge mache er hat mich sogar doch vor paar stunden noch unterstützt halt entweder ist es halt ein faker der irgendwie ein schlechtes licht vielleicht bringen will über gegenüber meine freundschaft mit ihm anders kannst du ihn nicht vorstellen du hast es halt tot ehrenlos so was ich mir auch nicht vorstellen kann dass er sowas macht egal ich warte einfach auf seine antwort ok er ist direkt rausgesprungen das wird jetzt das dritte mal sein dass ich ihn hole ich habe auf jeden fall rechts von mir unterstützung sie wird mir auf jeden fall helfen und sagen wo er ist deswegen das ganz gut das wichtigste ist halt dass ich mal einen besseren drop halt hab als er dachte mit maske kann man nicht so gut fortnite spielen aber er hat mit ray mysterio maske einfach jedes mal kann der besser landen als ich bitte landet er nicht auf der kiste verstehe ich warum hier so viele leute eigentlich kommen da ist über mir okay ich habe einen besseren drop als der und er legt das so toll rum okay ich habe eine idee Auseinander genommen Oh mein Gott, was passiert jetzt? Hey Digga Nein, das ist nicht so Ey, nein, wirklich, nein Das kann nicht sein Wie kann man so ein hobbyloser Mensch sein, Digga Du bist so verloren Das ist der Echte, das kann wirklich nicht sein Das kann es nicht sein Oh mein Gott Hey, wie kann man so ein Mensch sein, Digga Auseinander genommen Was soll ich da helfen? Ja, aber das war einfach ein richtig guter Play Also da kann man nichts sagen Jetzt erstmal runterspringen und sich selber kennen Und ich bin jetzt direkt geläftet Wir sehen uns in der vierten Runde Nein, er läuft dort vor mir Wieso läuft er weg? Ich wollte, dass er mich in der Pre-Lobby sieht Ich bin gerade 40 Sekunden zu ihm geraten Nein Es tut mir leid, ich bin kein Ausgaster Aber es kann halt nicht sein Es ist halt ehrenlos, wenn es wirklich von ihm ist Wenn es nicht, ist es halt auch ehrenlos von diesem einen Faker Weil das ist jetzt dafür erlaubt Aber es sind halt Emotionen Nach 8 Stunden Fortnite Ja, tut mir leid Egal, wir haben jetzt einen Plan Alle Streamsniper, alle meine Kollegen Beziehungsweise Zuschauer Haben uns jetzt versucht Jetzt zusammen ins Game zu kommen Damit die mäßig den Bodyguard spielen Das könnte safe werden Heißt, ich stand jetzt nicht mehr hier oben Sondern hier Und meine Zuschauer, die in die Runde reinkommen sind Teamen mit mir In Anführungszeichen So wie Monte sagt Beispiel Aber jetzt in dem Fall Waze sagt Dann kommen die halt mit Und damit ich halt schon sicher gehen kann Die sind keine Streamsniper, die mich töten wollen Das ist kein Teamen Die stellen sich einfach nur dahin Und ich töte die dann Nach einer Zeit Okay, er hat gerade gesagt Die Leute sollen mit ihm teamen Und genau das werden wir jetzt machen Und dann nach einer Zeit Wenn er wirklich gar nichts ahnt Wenn wir schon sein Vertrauen haben Ich weiß, sowas ist korrekt Und sollte man nicht im echten Leben machen So nicht irgendwie Vertrauen brechen Oder sonstiges Weil sonst ist deine Glaubwürdigkeit komplett weg Aber Jetzt machen wir es auf jeden Fall fürs YouTube Video Wir werden sein Vertrauen gewinnen Und werden es dann brechen Indem wir ihn holen Und dann in der letzten Runde Holen wir ihn das letzte Mal Und dann wird er glaube ich komplett ausrasten Also wir holen die Waffe Weil ich will hier wirklich safe spielen Und ich will jetzt nicht von einem Steam-Flower Er hat sogar einen Bodyguard Das ist perfekt So ich kriege die Waffe Oder auch nicht So Okay, das ist ein Zuschauer Gut, 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 gut Okay, ich setze mich hin Ich glaube, wir haben sein Vertrauen So, ich habe jetzt ein bisschen getanzt Ja, ja Okay, er ist auf unserer Seite So, okay Sonst ist hier niemand gelandet Nein Okay, perfekt So Komm mit mir Ich hoffe, du hörst mich im Stream Teamen nicht Aber wir machen nur so lange Bis uns jemand hier angreifen sollte Wir haben sogar eine Pump Wir können ihn perfekt warm pumpen Wir chillen aber noch ein bisschen mit ihm Er denkt so, ja, jetzt ist alles easy und so Wenn er aber wüsste Wenn er einmal kurz stehen bleibt Und nichts macht Dann war es das mit deiner Win-Challenge Halten wir gegeneinander Und nicht Zusammen halt Sonst ist das Teamen Sonst ist es verboten Hauptsache Nicht er holt mich So Ich brauche hier nur ein bisschen Blue Life Er denkt auch, es bringt was Wenn der Server Wechselt So Dass ich dann irgendwie Ihn nicht kill oder so Ah, gut, das wüsste aber Ich küss wirklich dein Herz Oh, tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Nein Tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Wo ist die Kiste? Ja, ja Hast du kurz Angst gehabt? Hast du kurz Angst gehabt? Wie kann man nur so ein hobbyloser Mensch sein? Wie kann man nur so ein hobbyloser Mensch sein? Wie kann man Du, ich weiß, dass du in dem Stream hörst Wie kann man so ein hobbyloser Mensch sein? Du hast keine Freunde Du hast kein Leben Deswegen musst du Streams liken Du bist so Nein, ich schreibe einfach deine Org Ich schreibe einfach deine Org Du bist einfach rausgekickt Ist mir scheißegal Ich lass dich von deiner Org kicken Ganz einfach Wirklich Spiel Fußball Ich dribble gleich mit dir Warte ab Wenn ich nicht deine Org schreibe Du verdammter hobbyloser Mensch Wirklich Sobald Ach Bruder Oberpeilig Hätte er mich einfach mit der AR geholt Aber er checkt es halt nicht Bruder, du wurdest einfach gedribbelt Ich würd sagen Wir sehen uns direkt in der letzten Runde Nein, es ist wirklich meine letzte Runde jetzt Ich hab keine Lust mehr Ich scheiß auf diese Windchallenge Dann mach ich halt eine Bestrafung Dann rasiere ich mir halt eine Glatze Aber ich lass mir sowas nicht mehr gefallen Wirklich Ich schreibe mein Management Ich lass ihn aus der Org kicken Wenn es der ist Kann man halt so ein Ehrenloser sein Seid mal ehrlich Seid mal ehrlich jetzt in den Chats Wie kann man so sein? Wenn es der ist jetzt Auch wenn es der nicht ist Wie kann man als Mensch so sein? Ich versteh es einfach nicht Finale Runde Ich glaub es ist wirklich Jetzt nach der Runde vorbei Er ist hier links unter mir Und jetzt wenn wir ihn holen Haben wir ihn Ich glaub dann ist er Endgültig gebrochen Und ich glaub Also er hat irgendwie Drops studiert Babe Ich glaub wenn ich ihn jetzt kille Ist vorbei Dann wird er den Stream beenden Das ist wirklich die letzte Runde jetzt Aber killt ihn auch immer so schnell Ja Muss Dann rastet er noch mehr aus Stell dir vor du gehst in eine Runde Wirst du immer direkt gekillt Ja dann wird ich komplett durchdrehen Du siehst doch Ich hab acht Stunden streamen Und warum muss man dann so Warum muss man jemanden provozieren Und jemanden sich Leben schwer machen Ob man sich kennt oder Kollegen sind Ich hab ihn wirklich Sehr sehr falsch eingeschätzt Alter Das ist jetzt die letzte Runde Wenn ich nochmal von dem geholt werde Dann war's das Okay er landet rechts unten Bei der Kiste Er hat ne AR Und der letzte Schuss Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du, willst du, willst du, willst du Willst du, willst du sterben? Ja sneak, sneak, sneak Renn, 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 renn Du hast ne Shotgun Diese Reichweite passt nicht so sehr Mein Freund Nein, willst du schießen? Oh Das war knapp, Alter Aber was war das bitte für ein Spieler? Wer schießt denn da? Ey, ich lass ihn jetzt gleich tanzen Die ganze Waffe ist so schlecht Sie mich voll der Ehrenlose Wenn es ist Ja, ja Aber Jungs Niemals urteilen Bevor man die Wahrheit weiß Stopp Gott Weg, weg, weg Ah Mein Gott, ich bin auf dem Baum Oh ne, oh Mensch Oh Mensch Dancing, Disco, Disco Disco, Disco Er ist oben auf dem Baum Ich glaube er ist Ist er oben auf dem Baum? Wenn ich ihn jetzt runterbaue Ist er glaube ich tot Ich bin mir sicher Er geht runter Er wird mich safe hier nicht sehen Nein, der Ehrenlose Oh mein Nein, es bringt nichts Ja Warte 38 AP Ey, weißt du was jetzt passiert? Gibt er sich die Splashes nicht Das ist eine sehr gute Frage Wieso er sich die Splashes nicht gibt Jetzt gibt Ja, okay Da muss ich ihn killen Wie viel AP hat er? 43 63 63 Ich muss ihn eigentlich Das ist das Finale Ich muss ihn pickaxen Ja, deswegen Ich will ihn pickaxen 6 Ah Warte Das ist halt auch nicht so viel Ja, ich hab auch nicht so viel Oh Gott Oh Gott Oh Gott Diese Maps sind gerade so gotteswert Ja, ich kann halt nichts machen Es laggt halt so sehr Warum spiel ich Auf diese Server Mann Okay, dann hole ich ihn jetzt einfach Ey, es ist so schwer Mit diesen Müllwaffen Irgendjemanden vor allem Vor allem auf diesen Pink zu editieren Ja Let's go Letzte Runde Es ist, glaube ich, vorbei Oh mein Gott, Digga Es ist für Siemex Digga Wieder der Nein, ich hab keinen Bock mehr Ich spende im Stream Ich spende im Stream Ich hab keinen Bock mehr Mann Siemex Wenn du noch einmal In mein Game kommst Hast du mich verstanden Dann deinstalliere ich Dieses Spiel Hast du mich verstanden? Leute, was geht Zu einem neuen Streamsnipe-Video Heute eine Premiere Ich war random Auf Twitch unterwegs Und dann habe ich gesehen Dass ein Deutscher Auf jeden Fall Arena spielt Das ist wirklich Eine Seltenheit Er ist schon auch dort vor mir Dort oben Der mit dem Regenschirm Wenn ich hier contestet Oder was Nee, ich glaub nicht Der landet da links Irgendwo Dieses Pot hier, Jungs Vertraut Der gibt Liebe Ihr seht Pump, Big Pot Direkt Und Gottschess Ich sag doch Dieser Spot gibt Liebe Jungs Lila Pump Und da haben wir auch Schon den ersten Nein, er hat mich gesehen Ich wollte mich ranschleichen Sagt doch Er ist gut Richtig Oh mein Gott Oh mein Gott Noch One Shot Muss ich unbedingt healen Er hat 100 HP Oh oh Kritischer Hase Junge, er hat sogar Splashies Er hat alles Und was ich gleich habe Ist keine Mets mehr Cracked Nein, Digga Keine Mets mehr Oh mein Gott Meine Pump schießt die ganze Zeit nicht Bro AVA ZMAX Also wirklich Ich werde von ZMAX geholt Er ist doch nicht mal gut Oh mein Gott Das war so close Egal Ich lasse mich direkt sterben Einfach Weißt du Man gewinnt richtig lucky Und dann lässt man sich einfach Direkt runterfallen Nach dem Build Fight Obwohl es komplett unverdient war Und er besser in diesem Spiel ist Aber egal ey Wir sehen uns direkt in der nächsten Runde Er ist noch nicht so sauer Wie ich es mir vorstellen würde Okay Leute Ich bin wieder in seiner Runde Er hat den Strand markiert Jetzt hat er aber ummarkiert Okay zum Glück bin ich etwas weiter oben Ich habe glaube ich sogar Einen besseren Drop als er Und wenn wir ihn jetzt gleich holen Er wird nicht Aber Skin checken Dass ich das bin Aber ich habe wieder Einen Son Goku Skin Und es wäre so lustig Wenn er sich gleich drüber aufregt Weil er weiß ja nicht Dass wir hier sind Und wenn ich gleich hinter Irgendeiner Ecke Campe Mit der Pump Ihn dann irgendwie So einen One Pump gebe Oder ihn Irgendwie mit einer AR Oder so Lasern kann Gleich Das wäre so verdammt geil Hier sind wir letzte Runde gewesen Und sind dann an Zimex gestorben Also wirklich Das kann ich mir immer noch nicht erklären Dass ich an Zimex sterbe Der war nicht mal gut Und meine Pump schießt nicht Und ich hatte einen Healback Aber ich habe ja schon von Leuten Auch in der Comp Szene gehört Dass die die Healback haben Er geht zu der Kiste dort vorne Von dieser Hammer her Weiß ich auch nicht Was ich halten soll Bin ich euch nochmal ehrlich Er hat mich gesehen Oh mein Gott Junge Ich bin so low gewesen Let's go alter Ich habe keine mehr Man Zimex Bei Gott Streamst du mich Hör auf Bei Gott Wenn du im Chat bist Hör auf Und jetzt müssen wir tanzen Ah ich habe tanzen nicht mehr Gebeindet Nein Ich habe tanzen nicht mehr Gebeindet Warte Für jeden beiden Wir schnell tanzen Nein das ist ehrlich Kein Spaß Wenn du im Chat bist Ja er bleibt stehen Der streamst 100% Das ist ehrlich nicht lustig Das macht alles kaputt Bin ich dir ehrlich Hey der ist schon rausgegangen Egal Die Modes hier Schnell testen So hier nächste Runde Tanze ich auf jeden Fall Ich kann auch verstehen Dass er sich aufregt Er ist gerade über mir Ich kann voll gut verstehen Ja er sieht mich Ich war in den Fights Nicht besser Ich habe nur durch Glück gewonnen Und jetzt habe ich wieder Einen besseren Drop Als er Und er ist extrem weit geflogen Keine Ahnung Die Map an sich Ist cool dieses Chapter Aber Und ich bin contested Okay Jetzt muss ich ihn auch droppen Oh ne der geht auf die Chester Was ist Unlocky Oh ja Oh ja Oh ja Das ist ganz ganz schlecht Wenn er keinen Bock auf Streamsniper hat Und wenn ich ihn jetzt kille Ja ich bin tiefer als er Ich laser ihn 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 Bitte bitte der Eier Bitte der Eier Ja 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 Junge Ja Junge Let's go Er hat nur noch 28 Oder wie viel 58 HP Let's go Junge Er ist so low Ich schwör's euch Mit meinen alten AIM Oder mit alten AIM Es ist ein Stellung Von früher hätte ich ihn direkt Aus der Luft Komplett gelasert Aber kein Problem Kein Ding für den King Uh der hat sogar Splasher Der hat alles Uiuiui Er hat nur diese eine Dings Waffe Diese Waffe Die mit Dings schießt Nur mit Mit Zielfernrohr Er ist oben auf Dach Ich sag euch wie es ist Ich will ihn irgendwie hierher locken Und dann soll das irgendwie kaputt gehen Aber irgendwie habe ich auch Angst Wo ist das Okay Er hat mich als erstes gefunden Oh Er hat 41 HP Nein Ich wollte ihn pickaxen Angriff ist die beste Verteidigung Mann sieh mir Ey bei Gott dieser Typ Mann Sieh mir ex Und er weint doch noch Ja wein Mann Mein Gott Hör auf Mein Gott Das ist nicht lustig Aber ey Egal 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 Bisschen weinen hier Egal Bruder Hier gedrimmelt habe ich dich Leute das war erst die dritte Runde Mindestens zwei Runden Werde ich ihn auf jeden Fall Auf Streams leipen Aber er tut mir schon langsam Bisschen leid Bin ich euch ganz ehrlich Aber ey Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde Boah was haben die hier mit dem gemacht Soll ich hier Ne ich geh nach hinten Scheiße Ich hab keinen Bock wenn Nein 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 Ach Sie mechs auch stream Ich hab mich einfach dreimal Bei Gott wenn er jetzt hier in der Runde ist Dann werde ich bekloppt Also wirklich Ich kann es noch keinem erzählen Dem geht es ehrlich nicht mehr gut Okay er regt sich schon richtig auf und hat keinen Bock mehr von mir Streams zu werden Ich bin euch ehrlich er tut mir auch schon ein bisschen leid aber ich will den ultimativen Rage sehen und dass er auf jeden Fall den Stream beendet ich muss hier jetzt schnell Irgendwie eine Waffe holen weil ich bin extrem spät gelandet und dann müssen wir ihn Direkt pushen er ist dort hinten bei Sunny Steps gelandet Okay ne Oak ist schon mal wichtig und richtig weil wenn er jetzt gleich hier irgendwo in der Nähe ist Können wir ihn einfach von oben lasern und dann hat er schon mal ein bisschen weniger HP Das ist ja wie gesagt nicht schlecht Ich werde alles geben dass ich ihn jetzt nochmal hole Die ersten zwei Male hatte ich aber extrem Glück und letzte Runde so war eigentlich easy weil er schlechten Drop hatte Nicht gute Waffe bekommen hab Okay nehmen wir mal hier diese Versustafel auf Was ist das denn? Eliminiere den feindlichen Spieler Nur dieses Match Auf ey Z-Max das ist jetzt nicht dein Ernst Ja komm Okay Leute er will gerade Killauftrag machen Ich mach jetzt auch Ist mir egal Ich mach jetzt auch Komm Er muss kommen Er muss kommen Suche nach Versus Gegner Und Warten auf Gegner Ja Ich hab ihn Ich hab ihn Let's go Komm Z-Max Ey nein das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst Dass der halt ehrlich einfach wieder in meiner Runde ist Ich muss Metz fahren Ich darf jetzt nicht gegen ihn sterben Also wirklich ich raste aus Er sagt ich bin schlecht Ich soll kommen und so Ja okay Bruder Ja okay Bruder Okay Bruder Ich komme So weißt du jetzt ist wenigstens fair für dich Jetzt weißt du auch wo ich bin Und deswegen So muss ich dich jetzt nicht so leicht Streamsnappen Oh er kommt schon direkt Okay Bruder Okay komm 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 Bruder Komm Er ist richtig motiviert Er will dich wahrscheinlich von oben lasern Aber egal Freunde Er wird Er wird mich nicht sehen Also ich finde der mich jetzt nochmal holt Dann weiß ich ehrlich nicht weiter Wo bist du großer Aha Da hab ich was gesehen Aha Aha Ja 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 Chat bin ich der einzige der das gesehen hat oder Habt ihr das auch gesehen oder bin ich lost Er ist richtig motiviert Er sucht mich Müssten aufpassen Er ist dort ganz oben Er lootet gerade Das ist gut Also eigentlich müsste er unter mir sein Aber wo ist Zimax Aha Was höre ich da Hä Okay gut das wird ihm nichts angezeigt Sieht er mich Ne er sieht mich nicht Er ist dort drin Er sucht nach mir hier drin irgendwo Er ist hier genau vor mir Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Watt Nein Okay okay Mein Plan ist auf jeden Fall schief gegangen Hey ne 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 Nein Junge Das nervt Das nervt Das nervt Das nervt Das nervt Ey Digga Er hat null abhängt man Ja Heal dich erstmal Full Digga Ich muss mich unbedingt healen Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Er hat noch Metal Walls Mach's dir bequem Oh mein Gott Boah bitte lass mich doch mal in Ruhe Boah bitte lass mich doch mal in Ruhe Ich hab nicht mal mehr Metz Wir verstecken uns hier hinter der Kiste Das lass ich mir nicht gefallen Komm Ich hab ihn doch hier steppen gehört oder bin ich Oh 28er Er hat auch nicht mehr viele Metz Er hat auch gleich keine Metz mehr Ja Ja Junge Oh oh Keine Metz Nein 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 Mann Sieh weg Ey Wirklich Wenn du noch einmal in mein Game kommst Hast du mich verstanden Dann deinstalliere ich dieses Spiel Hast du mich verstanden Ja Junge Ja Junge Digga er raged richtig hart Junge er sagt Fortnite macht keinen Spaß und so Bruder natürlich macht Fortnite keinen Spaß Wo man die ganze Zeit nur geholt wird Warte ich brauche ich brauche irgendeinen Ah der Day Mode Day Mode Day Mode Rägt ihn bestimmt richtig auf Mal jetzt erstmal hinsetzen Ach Bruder Ach was soll ich dir sagen Okay Wir holen ihn jetzt noch einmal Und dann Da ist glaube ich wirklich vorbei Okay Leute wir müssen unbedingt besseren Drop als er haben Das große Finale Er landet da in diesem großen roten Haus Und wir müssen ihn jetzt unbedingt holen Ich habe extra den Skin genommen Den ich in der ersten Runde auch hatte Und wenn ich fünfmal hintereinander Das müsst ihr euch mal vorstellen Hintereinander geholt werde Ich würde auch so durchdrehen Und ich glaube diese Runde Ist es soweit Wenn wir ihn holen War es das Wir haben sogar besseren Drop als er Er sieht uns auf jeden Fall Ich glaube er kennt auch meinen Hängegleiter Soll ich direkt die AR nehmen Mit ein bisschen aus der Luftlasern Ah ja ja Nein Ey Junge Dieser AR ist so schlecht man Ich hätte ihn so easy holen können Wohingegen meine Schüsse man Das nervt mich gerade so sehr Er hätte längst schon tot sein können Aber dieser AR Wenn du nicht Maus und Keyboard spielst Das war's Was Ja 74er Oh mein Gott 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 Ja Ja man Let's go Ich habe gesagt Ich deinstalliere dieses Game jetzt Ich glaube es ist soweit Ich glaube es ist soweit Schaut mal was er macht Nein 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 Ich lösche fort nicht jetzt So ich habe gesagt Letzte Runde Wenn er nochmal in meinem Game ist Dann lösche ich das Game Das mache ich jetzt so Zack Deinstallieren Er öffnet gerade Epic Games Launcher Er deinstalliert Einfach Fortnite Nein 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 Er hat einfach Fortnite deinstalliert Junge So Chat Hier seht ihr es Fortnite deinstalliert Ganz simple Sache Das tue ich mir nicht mehr Oh mein Gott Das war dieser Z-Max Hi Ihr fragt euch bestimmt Wie ich es geschafft habe Einen der besten Fortnite Spiele Auf der Welt zu killen Aber dafür müssen wir Ein paar Stunden Zurückreisen Es ist so eine kuriose Story Ich weiß gar nicht Wo ich anfangen soll Wir haben Trio Arena gespielt Und sind die ganze Zeit In Tilted gelandet Wir wussten nicht Dass Eli mit Reason Und Willi streamt Und dass die auch Die ganze Zeit in Tilted landen Irgendwie waren wir In derselben Runde Aber sind in dieser Runde Dann nicht in Tilted gelandet Ich weiß auch nicht wieso Ich glaube weil wir die ganze Zeit Gestorben sind Und dann sind wir im Endgame Quasi letzten beiden Trios Beide aufeinander getroffen Und schaut einfach Was jetzt passiert ist Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Oh ich habe ihn geführt Hey der läuft nur weg Hey Hey Komm rein da rein da rein da Guck guck du kleine Schlamm Merkel Kachbar Merke Kachbar Merke Kachbar Digga Stark Juge Ja nice Digga er ist auf einmal in der Ecke Ich habe mich so erschrocken Ich bin der große Papa Ich kümmere mich um meine kleinen Weiß ich ihn nicht um Ich habe nur naja Oh lasers 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 Wer du oder er Ja er ich Boik boik Das ist ein Dreier Team Einer noch Die Tendenty Edi on me Probier was zu machen Ich lasse mich mal fein Edi taktisch Ach du Digga die sind so gut Die sind so gut Finish die Sau Finish die Sau Letzter Gegner Oh mein Good reason Digga ich glaube das ist der echte Du wirst nicht was der mit mir gemacht hat Ich schwöre Du hast noch genug Mets Du hast richtig viele Mets Ich mach hier dir Ich schimmer kurz weil es das der echte ist Schimmer Schimmer bitte ganz kurz Es ist der echte Es ist der echte Es ist krank Junge Nein 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 Ich gehe da hoch jetzt Ich gebe reason 8 Ich markiere dir Mets Das unten der runde Marker Full Mets Ganz unten Wenn du dippen willst Ganz unten Der runde Marker von mir Digga hat den einen so gesch... Geil 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 Nein Das ist niemals der echte Nein Es ist niemals der echte Oh mein Take death Digga Digga Warte Death reason 8 Das ist er Ich schwöre auf Gott Das ist er Okay wir haben gewonnen Digga das ist so unfair Okay mach dein Ding Lens Mann mach dein Ding Mach dein editier Ding Guck dass du die Double leer Unten wo ich markiert hab noch mal Mets Ist gut Ist gut Willi wusstest du dass er Platz 2 oder 1 in Europa gerade ist? Ja weiss ich bin auch ein riesen Fan gewesen von ihm früher Der Rest du musstest mir überlegen er ist der beste Fortnite Spieler in Europa gerade Das ist er ich schwöre das ist der Name Nein Digga Ich schwöre auf Gott Guck mal wie krank der ist Ich mach mal fix nen Tik Tok Nach mir Das ist so intens gerade Fähre jetzt dann final Zap Bleib ganz ruhig Bleib ganz ruhig Bleib ganz ruhig Du hast auch noch 300 Bills Oh du hast Flashys Oh du hast Flashys Oh du hast Flashys Nein Nein Oho Oho Lenni spiel nicht den Helden Nimm deine Flashys Splashys Splashys Lenni Nimm die Splashys Und Minis Und hast noch ein Minis Ach du Scheiße Das ist füße Das ist füße Ich muss er da auch nicht sehen Das ist füße Ich muss er da auch nicht sehen Gehe nicht den Helden Oh Ich Choke Absolut Ja Minis 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 Dann pennst du heute nicht zuhause Aber ihr habt auch nen Bahnhof 1 gegen 1 1 gegen 1 1 gegen 1 Jaaa So siehts aus Daaa Jaaa Über dir Das ist niemals selten Das ist niemals der echte Nein Schau wie viel Hits ich ihm gegeben habe Das ist niemals der echte Nein Digga Nein Digga Wieso habe ich ihn nicht gekillt Ich dachte nicht dass Arena Trios 11 Kills 2 Minuten ago Es war der echte Es war der echte WTF Ey wir wurden einfach Vom echten Riesene gekillt Nice Und ich habe wegen Dings Weil meine Lippen so trocken sind In Ivea drauf Und ich sehe aus Wie der Größte Hurt Aber egal Ich habe aufgenommen Digga Er hat uns alle drei hochgenommen Sekter Hätte ich gewusst dass er das ist Man Digga wir haben dir 50 Mal gesagt das ist er Ja ich habe es nicht geglaubt Sekter Wie sich jeder dann denken kann Hatten wir den Stream offen Aber wir sind dann nicht mehr in Tilted drin gelandet Sondern sind außerhalb gelandet Weil wir wussten okay Reason wird die eh carryen Und am ende pushen wir einfach das letzte Trio Und holen die dann einfach Und dann werde ich vielleicht mit etwas Glück Reason killen Wir haben aber nicht speziell Gestreamstapt und geschaut wo die wirklich sind Was die gerade machen Und wenn die zum Beispiel gestorben sind Sind wir auch aus der Runde raus Wir haben ganz normal gespielt Nur wenn sich es ergeben hat so Dann sind wir extra außerhalb gelandet Und dann sind wir als letztes quasi reingepusht Okay ist irgendwo eigentlich auch Stream snipen In diesem Sinne Falls du das siehst Reason Eli und Willi Es tut mir leid Aber ich wollte unbedingt mal einen Pro Player killen Ja Alle White Ich wurde fett gelasert von Seite Können wir runter in den Keller? Ja White White Das Das noch einer Edi Ja Yes Oh mein Gott Eli Junge Eli Sehr gut Sehr, 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 sehr gut Kommen wir schon? Ne Mach, mach, mach Instant die Doppelte Glaube ich Ja Instant, instant, instant Sehr schöne Jungs Das ist Teamwork Die brauchen unbedingt live Ja Die brauchen alles Die hatten nichts Vor mir im Busch Ich glaube im Busch Oh mein Gott Guild Reason A7 Bei mir ist er ein Gegner Bro Was warst du denn? Ich bin, ich wurde gelasert Ich wurde gelasert Nice Ey Bro ich hab Reason Oh die machen da Vor mir läuft jemand Lass dich pushen, lass dich pushen, lass dich pushen Was machen wir jetzt Eli? Klappe komm Ich bin bei ihm Ich bin bei ihm 80 flu Mann Digga Das bricht mich jetzt schon wieder Eli hat einen Eli hat einen Das ist ein Streamsniperi wirklich Die hab ich eben schon gekillt Ja Das war dieser 7x Nein Diemals hab ich Reason getötet Ich hab ihn zwar umgefahren Mit Quad Bro aber ich hab einfach Reason A gekillt Der echte, krank Meinen ersten Pro Player den ich gekillt hab Und dann werde ich direkt danach von Eli gekillt Nice Abonnieren, kommentieren nicht vergessen an der Stelle Vielen Dank.